Ein weiterer harter Tag für Optimisten. Ja, wie es jetzt weitergeht, gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV und an der Stelle auch mal vielen, vielen Dank an die zahlreichen Teilnehmern unserem gestrigen Live-Webinar, das wir ja jetzt erstmalig durchgeführt haben. Ja, an der Spitze bis zu 1000 Zuschauer, die daran teilgenommen haben und den Chat richtig drangsaliert haben. Da war extrem viel los. Wir sind ja dann auch auf die Fragen eingegangen. Und für alle diejenigen, die dieses Webinar noch mal sehen wollen, zwei Stunden ja geballte Informationen zur aktuellen Marktlage, zur aktuellen Entwicklung, zu unseren Strategien etc. Unter diesem Video finden Sie einen Link, wo Sie dann den Zugang haben können zu diesem Video, zur Aufzeichnung von unserem Webinar. Die Resonanz sehr, sehr gut. Also 95% fanden das Webinar top, exzellent oder zumindest sehr gut. Und dafür natürlich herzlichen Dank. Es gab auch ein paar kritische Töne, wie es natürlich so sein muss, als wir das Thema eToro irgendwie thematisiert haben. Ja, wie kann man nur etc. Wenn die jetzt über die Comdirect irgendwas berichtet hätten, wäre das wahrscheinlich dasselbe gewesen. Natürlich jeder Broker, egal was man macht, hat seine Vor- und Nachteile. Man muss es ja auch nicht tun. Ich muss weder ein Konto bei der Comdirect eröffnen, noch einen Account bei eToro haben. Es ging ja eigentlich darum, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wenn man uns kopieren will mit unserem Social-Investor-Echtgeld-Depot. Das geht nun mal nur über eToro. Und eToro ist kein Ersatz für einen anderen Broker. Das betonen wir immer wieder. Es ist eine Ergänzung bei bestimmten Themen. Wenn ich eben andere kopieren will, Social-Trading machen will, wenn ich vielleicht auch Kryptos kaufen will, heute Crash am Kryptomarkt, vielleicht wird es wieder interessant, dann brauche ich eine Handelsplattform, die mir das ermöglicht. Und diese Dinge gehen nirgends besser als bei eToro. Das ist unsere Überzeugung. Dividendenaktien würde ich nicht bei eToro kaufen, dann empfehle ich einen deutschen Broker. Das sind so diese Feinheiten. Aber wie gesagt, jedem kann man es da eh nicht recht machen. Es war nur ein gut gemeintes Angebot, weil es gibt einfach viele, die das gerne nutzen, andere zu kopieren. Es gibt aktuell natürlich auch viele verunsicherte Anleger, die sagen, ich möchte lieber, dass ihr aktuell das handelt für uns, als dass ich mich da selber in dieses Haifischbecken begebe. Ja, aktuell erscheint es als Haifischbecken. Ja, es ist natürlich heute wieder schlechte Nachrichtenlage. Amerika schottet sich ab für 30 Tage zunächst, dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Also Reisen aus Europa in die USA erst mal untersagt, weil man jetzt Donald Trump gestern den Europäern vorwirft. Man tut zu wenig gegen die Eindämmung. Wir sagen uns, America great again, sie werden das Virus bekämpfen, das wird Amerika nichts anhaben. Das ist natürlich alles Käse. Und Fakt ist, und das ist das Entscheidende aktuell, natürlich, sie persönlich sind vielleicht, der eine ist vielleicht noch immer ganz locker, der andere ist vielleicht extrem schon ängstlich. Das muss man verstehen, beides. Die, die extrem locker sind, die denken, hey, wir haben eine Grippewelle mit 20.000 Toten, weil wir doch jetzt einen Tanz gemacht, etc. Aber die, die ängstlich sind und wie gesagt, ich bin in der Mitte angesiedelt, ich sehe diese Gefahr, die aktuell da droht, weil es einfach extrem schnell sich verbreitet. Das ist ein Tempo. Und wenn wir nach Italien schauen, dann muss man einfach dieser Entwicklung Rechnung tragen. Die sind 10, 12 Tage voraus. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie handeln, dann wird es eben so schlimm oder noch schlimmer werden. Und dann sind die Krankenhäuser belastet. Darum geht es immer wieder. Es geht nicht darum, dass ihr Leben gefährdet ist. Wahrscheinlich wird es das nicht. Zu 98, 99 Prozent werden sie, wenn überhaupt, einen verträglichen Verlauf haben. Aber die, die eben schlimm getroffen sind, wenn die es alle innerhalb der nächsten 4, 6 Wochen erwischt, dann haben wir einfach im Krankenhaus wirklich Alarmstufe Rot. Und das gilt es zu verhindern. Und deswegen spricht einfach sehr viel dafür. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir wirklich 4, 6, 8 Wochen komplett entschleunigt werden. Ja, auch bei uns im Büro stellen wir die Weichen auf Homeoffice. Ja, dass wir von zu Hause aus arbeiten können. Also es kann auch sein, dass ich künftig meine Videos eher von zu Hause aus drehen werde. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen die Welt untergeht. Natürlich, das sind auch die Hoffnungsmomente, die ich jetzt schon ausmache. Diese extrem panische Stimmung. Ja, die Untergangsprophet. Ob das Max Otte ist, ob das Marc Faber ist. Die kommen jetzt alle. Und sie haben es schon immer gewusst, wie in den letzten 20 Jahren auch. Aber auch dies wird vorübergehen. Weil eine Sache ist klar, und das dürfen Sie nie aus den Augen verlieren. In einem Jahr, spätestens in 15 Monaten, ist dieser Käse gegessen. Dann haben wir das Coronavirus im Griff. Mit Medikamenten und vielleicht auch schon mit der ersten Impfung. Dann ist die Weltwirtschaft wieder im Normalturnus. Und hat natürlich einiges nachzuholen. Wir müssen uns nichts vormachen. Kurzfristig ist alles extrem spekulativ. Wo ist jetzt der Boden? Wie tief geht es noch runter? Wo sind die Auffangsignale? Das weiß niemand. Aber was wir wissen, das ist auch klar, aktuelle Verkaufsprogramme, computergesteuert, es geht runter. Auf der anderen Seite sind strategische Investoren wie Warren Buffett, große Kapitalsammelstellen, die natürlich wissen, hey, das Leben geht weiter. Die Unternehmen, die sind gern gesund. Die werden diese Krise überstehen. Die gehen gestärkt hervor. Wir kaufen jetzt Tag für Tag, Woche für Woche weiter zu. Und dann haben wir einen guten Mittelkurs, um am Ende wieder gut dazustehen. Und da habe ich Ihnen ein Beispiel heute mitgebracht. Den DAX aus 1998. Sie sagen ja, er war doch der Börsenhaus. Der große Haus bis zum Jahr 2000. Aber mittendrin in 1998 ist der DAX, Sie sehen es hier, um 38 Prozent gefallen. 38 Prozent, da sind wir noch weit von entfernt aktuell. Warum? Was war da passiert? Es ging los, Russland kam in die Bredouille. Es ging darum, dass man möglicherweise die Milliardenschulden nicht zurückzahlen kann. Dann kam Japan dazu. Auch hohe Schulden. Dann sind die computergesteuerten Programme gestartet worden. Es ging in den Keller. Alles wurde zur Kasse gemacht. Und als dann auch noch US-President Bill Clinton mit Monica Lewinsky im Oval Office das ein oder andere getan hat und man sich gefragt hat, hat er oder hat er nicht. Da war wirklich die Kacke dann endgültig am Dampfen. Und dann ging es in den Keller 38 Prozent. Und auch damals, wie soll das enden, wie soll das weitergehen? Übertragen auf die aktuelle Situation hieße, dass 38 Prozent hätte der DAX Luft bis auf 8500. Das heißt, ein ähnlicher prozentualer Verlust ausgelöst durch etwas anderes. Und im Grunde genommen, und das wiederholen wir immer, jede Krise ist dramatisch. Und die Nachrichtenlage in jeder Krise ist so, als hätte es das noch nie gegeben, als ginge die Welt unter, als würde nie wieder sowas wie vorher werden. Das war in 1987 so, das war in 2002 so und das war in 2008, 2009 so. Und in anderen Krisen vorher auch. Das ist die Natur der Dinge, dass die Nachrichten schlechter werden, wenn die Kurse fallen. Und natürlich, man hat Angst und Panik und man ist verunsichert. Aber denken Sie daran, Sie machen sich jetzt aktuell auch nicht Gedanken um Ihre eigene Immobilie zu Hause. Wie ist die aktuell wert? Hat die seit gestern verloren? Sie sehen die Buchverluste bei Ihren Aktien, die nur echte Verluste sind, wenn Sie verkaufen. Das wäre bei Ihrer Immobilie auch der Fall. Wenn wir jetzt eine Rezession kriegen, Arbeitslosigkeit kurzfristig, die wirtschaftlichen Daten verschlechtern sich im Land und Sie sagen, ich will mein Haus verkaufen, kriegen Sie definitiv weniger als zum Jahresende. Da können Sie sich drauf verlassen. Aber Sie müssen nicht und Sie müssen es auch nicht am Aktienmarkt und Sie sollten nach vorne denken. Einfach ein Jahr, 15 Monate voraus, dann ist der Drops gelutscht. Dann sind diese Themen vergessen. Dann haben wir natürlich im Nachgang zu sagen, das war der Corona-Crash. Und damals hat extrem viel eingeschlagen. Natürlich wurden da auch Weichen gestellt. Und das ist ja auch immer das Positive, dass man jetzt auch lernt, lernt im Bereich der medizinischen Versorgung. Was passiert, wenn wirklich mal ein noch schlimmeres Virus uns befällt in demselben Tempo wie das Coronavirus? Wie können wir diese Prozesse optimieren? Haben wir auch die Möglichkeit, hier im Land eben die Medizin oder die Pharmazie alles herzustellen, was wir brauchen? Und diese Fragen müssen wir uns jetzt stellen. Natürlich auch Globalisierung, Fabrikation. Ist es gut, alles Auszulagerung etc.? Natürlich daraus wird man lernen und man wird sich noch besser vernetzen, noch besser committen und kommunizieren, um eben diese Auswirkungen da möglichst gering zu halten. Also wir müssen uns kurzfristig einfach darauf einstellen und das ist so. Die Nachrichten werden noch schlechter werden. Also momentan ist ja stündlich, dass es weitere Beschränkungen gibt, weitere Absagen, weitere Maßnahmen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Nicht aus Angst, dass wir jetzt alle 80 Millionen sterben, sondern aus Angst, dass wir 100.000, 200.000 wirklich Patienten in Windeseile bekommen, die Intensivmedizin benötigen. Das schaffen wir bei 28.000 Intensivbetten nicht. Das will man um alles in der Welt verhindern. Darum geht es. Bitte, das müssen wir relativieren. Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, indem man eben Kontakte vermeidet. Das ist jetzt auch nichts Dramatisches. Natürlich für die Wirtschaft ist es dramatisch, aber auch kurzfristig. Da ist die Regierung, das ist die Politik gefordert, das natürlich abzufedern. Und denken Sie an Lufthansa, wenn die jetzt nicht mehr Richtung USA fliegen können, da geht denen wirklich die wichtigste Geschäftsader verloren. Natürlich brauchen wir nachher wieder eine Airline. Also hier muss wirklich unbürokratisch, hier muss schnell geholfen werden, diese Zeit zu überstehen, damit wir im Anschluss alles das nachholen, was wir dieses Jahr vermissen, verpassen oder aussitzen müssen. Auch das muss nicht zwangsläufig negativ sein, auch wenn in China diese Zwangspause jetzt dafür gesorgt hat, dass die Scheidungsrate in die Höhe geschossen ist. Die Menschen hingen viel mehr zusammen als vorher und haben anscheinend dann auf breiter Front erkannt, dass sie vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen. Also bitte, darauf müssen Sie eingestellt werden. Es gibt Profiteure, die Pornoindustrie, gefragt wie nie zuvor. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein spezielles Beispiel, aber auch das zeigt, dass die Welt irgendwie sich weiter dreht. Ja, vor allem aktuell im positiven oder börsentechnischen Sinn. Nahrungsmittelindustrie wie Nestlé, die verkaufen wie wild aktuell, die kommen gar nicht nach, das alles zu bedienen, weil natürlich jeder ein bisschen auf Vorrat jetzt kauft. Also es gibt nicht nur die negativen Entwicklungen, die haben wir. Es gibt Gesellschaften, wo man natürlich aktuell gucken muss, macht das jetzt Sinn, dabei zu bleiben, weil da gibt es natürlich harte Einschläge. Aber auf der anderen Seite, die Favoriten, die wir Ihnen hier auf dem Kanal eigentlich immer präsentieren, die sind davon relativ ungelöst. Und die sind gestärkt nach der Krise, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Also für Sie heißt das ganz klar, weiter unserem Kurs folgen. Gestern im Webinar haben wir gesagt, da im Bereich 22.000 Punkte werden wir unsere nächste Tranche investieren, auch in unserem Echtgelddepot. Und die nächste Tranche liegt bei 18.000. Vielleicht erreichen wir es vielleicht auch nicht, das werden die nächsten Wochen zeigen. Wir wissen aber, wie gesagt, dieser dramatische Einbruch, den wir jetzt haben, dem wird eine genauso dramatische Erholung folgen. Von welchem Punkt auch immer, das wissen wir nicht. Und alle, die jetzt was anderes schreiben, das ist Blödsinn, da ändert sich alles, wir werden nie mehr so reisen wie vorher. Und die Produktionsprozesse, das ist gestört, das ist doch Blödsinn, dass wir da zur Normalität zurückkommen. Das lesen Sie in jeder Krise und Sie werden es auch in den nächsten Krisen lesen und hören. Das ist die Natur der Krise und davon müssen wir uns lösen. Zumindest in Bezug auf die Börse. Wir werden uns im Privaten noch mehr Sorgen machen. Garantiert, wer jetzt ältere Menschen zu Hause hat, Großeltern, Kinder, ja was mache ich da, wie gehe ich da vor. Das sind wirklich, natürlich aktuell wirkliche Probleme, die man ernst nehmen muss. Und darum geht es hier auf dem Kanal auch nicht, diese Probleme zu lösen. Das muss jeder für sich selber machen. Wo auch Chancen sind, natürlich auch. Familie wächst enger zusammen wieder. Man ist sich vielleicht auch wieder bewusst, dass man einander hat. Das ist ja auch etwas, auch eine Chance. In Bezug auf die Börse müssen wir rational und vernünftig denken. Und das ist ja unsere Aufgabe, Sie dadurch zu begleiten. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und je tiefer die Kurse fallen, desto größer sind die Chancen. Und desto größer haben Sie Möglichkeiten, tolle Aktien noch billiger zuzukaufen. Und nichts anderes sollten Sie tun. Und denken Sie nicht dran, jetzt eine Allianz zu verkaufen, nur weil sie jetzt auf 160 gefallen ist, weil die Unterstützung bei 170 nicht gehalten hat. Vielleicht fällt die jetzt auf 140. Sehen Sie das, wenn Sie die Möglichkeit haben, zusätzlich als Geschenk. Und wenn Sie eben unserer Grundvoraussetzung für den Aktienhandel folgen, nur mit Geld zu arbeiten, dass Sie nicht kurzfristig für was anderes benötigen, können Sie das ganz ruhig weiter verfolgen und diese Krise auch bei Ihren Beständen eben aussitzen. Weil denken Sie daran, nach diesem 38% Absturz in 98 hat es noch nicht mal 12 Monate, 15 Monate gedauert, bis die alten Kurse wieder erreicht waren und übertroffen wurden. Und davon gehen wir fest auch in diesem Fall aus. Neue Höchststände wird es geben in allen Indizes und neue Höchststände wird es geben in unseren Favoriten, in unseren großen IT-Giganten, in unseren auch kleinen Wachstumsunternehmen, die wir Ihnen vorstellen. Da sind wir uns absolut und hundertprozentig sicher. Ich wünsche Ihnen gute Nerven in dieser Zeit und vor allen Dingen natürlich viel, viel Gesundheit. Passen Sie auf sich auf, Ihr Jürgen Schmidt.